Ne, nochmal. Wir haben hier ein Forum mit dem Stein. Jetzt habe ich das falsche Lager. Ja! Müssen wir das jetzt noch machen oder können wir das alte... Nein, wir machen das mal. Ja, Entschuldigung, jetzt müssen wir das machen. Oh nein! Oh nein! Entschuldigung, Kollege. Sagt Persönlichkeit aus und... Ach, und. Ruf das mal bei der Frau Maus an. Das ist doch auch nicht schlecht. Dann ruf die Frau Maus an. Bist du direkt vorm Haken oder ist der Verlecker ist jetzt voll im Bild? Voll im Bild. Okay. Maus, kommen wir vor, wie geht es da? Hallo, Tess. Also nochmal, als der für die Liga hat ich das gemacht. Das tue ich auch ständig. Ich freue mich auch sehr.